Und wieder das Meer. Und da hinten auf dem Berg eine Sternwarte offenbar. Wow, hier hat man wirklich den totalen Überblick. Und da wieder die Sternwarte. Und genau wie in Rio de Janeiro im Zuckerhut ist so eine riesige Christosstadt, Jesusstadt, die es heute übergibt. Steht auf der Kirche oben auch eine relativ große, die ist bestimmt auch 10 Meter groß. Also zwar kleiner als Rio de Janeiro, aber jedenfalls auch 10 Meter oder so. Und tada, wieder der Turm. Wo wir hoffentlich, nachdem wir den Pudding ein paar Mal umrundet haben, auch ankommen werden. Aber der Bus fährt auch in die Richtung. Wir haben ein oder zwei Mal uns vorbeigefahren. So. So. So.